Linguistik in 60 Sekunden Nummer 17 Was ist das Null-Alumorph? Bei Segmentierung von Wortformen stößt man gelegentlich auf das Problem, dass nicht jeder lexikalischen oder grammatischen Bedeutung eindeutig ein Segment auf der Ausdrucksseite zugeordnet werden kann. Anders in diesem Fall. Sie können bei der Analyse von Wortformen wie Kinder, Frauen, Autos, den Morphemen ER, EN, S, problemlos die grammatische Bedeutung plural zuweisen, da diese hier durch konkrete Zeichen realisiert ist. Der Plural allerdings kann auch durch andere Morphe realisiert sein, wie zum Beispiel umlaut plus e, welche zusammen mit dem zuvor genannten allesamt Alumorphe eines Pluralmorphems sind. Allerdings besteht nicht jede Realisierung eines Morphems aus konkretem Sprachmaterial. So wird in diesen Beispielen die grammatische Bedeutung plural nicht durch zusätzliches Sprachmaterial am Wort markiert. Wenn ein Morphem durch Null markiert wird, muss man aus Systemzwang für dieses Morphem trotzdem ein Null-Alumorph annehmen. Ein Null-Alumorph realisiert also ein Morphem ohne grafisch oder phonisch in Erscheinung zu treten. Von einem Null-Alumorph kann man allerdings nur dann sprechen, wenn es zum gleichen Morphem ein vom Null-Alumorph verschiedenes, tatsächlich realisiertes Alumorph gibt. Ein Null-Alumorph ist also eine Variante neben weiteren Morphemen innerhalb einer Morphemklasse.